Wie war es... vorbei, ich bin nicht mehr mit sich. Äh, achso, wir sind fertig. Ich hab bis vorbeigehen. Ich bin das Lundemann, ich habe die Hüte zu tun. Wie für ein Karger? Ich hab froh, dass noch nicht, dass der Dome begonnen hat. Ich fahre weit von hinterher. Oh! Loy! Sorry, hast du das gerade aufgehoben mit dem Dings, mit dem Umhang? Ja. Okay, das ist nice, dass das im Spiel zu finden ist. Ah, Monmon steckt auch fest! Lass mich los! Nein, das ist Monus! Hast du einen Umhang? Nein! Oh! 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 Kann einer mir davon sagen, wie man eine Waffe zweihändig benutzt, anstatt nur einhändig? Du musst eine Zweihandwaffe sein, oder nicht? Du musst zwei Waffenkampf lernen erstmal. Nein, 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 zweihändig, nicht eine Waffe zweihändig benutzen, nicht zwei Waffen zweihändig. In meiner Waffe steht, man kann sie einhändig oder zweihändig benutzen. Ich habe eine Kiste ausgebrudelt. Ich habe dafür eine Verrückte bekommen. Kläre ich sie. Wollen wir Dings machen? Erstmal wieder zu euch zurückfinden. Lange Rast? Lange Rast. Hier, was können wir? Mun mun ich ein kleines bisschen müde. Und matschig. Mit dein heißes Baden. Soll ich's, brauchst du den noch machen? Ne, nicht unbedingt, kannst du da. Oder willst du den nicht Schattenherz einfach mal geben? Wieso bist du so fucking blutig? Oder Schattenherz, genau. Gib ihm Schattenherz. Holy shit, Alter, wie du aussiehst. Ich halb hier so. Fleischfeule, Alter, was ist mit dir los? Du siehst schrecklich aus. Sie muss sauber gemacht werden. Ja, mach mal. Hat das nicht geholfen? Oh mein Gott. Sie hat Fleischfeule. Ja, ja. 19 Züge noch. Sie ist krank. Ja, ist sie. Fight, fight. Ich kann mich nicht mehr heilen als Paladin. Ist ja dumm. Ich kann nicht heilen. Das hilft mir aber auch nicht gegen die Fleischfeule. Noch 15 Züge. Äh, was halb ich nicht? Ja, geh nix, ne? Ich kann's dunkel machen. Hello. Was ist jetzt schon wieder los? Ich hab gepupst. Was ist denn das? Dunkelheit. Sie können auch Dunkelheit pupsen. Ja, aber ich seh. Im Gegensatz zu euch da drin. Halt du, ich meine Idee geht's dir besser. Noch 8 Runden. Kannst du ein magischer Dunkelheit ziehen? Ich hab die, das Attribut dafür. Was ist? Ich hab die Fähigkeit dazu. Ich werde die auch Krallach geben, sollte ich mal irgendwann die Möglichkeit haben. Bibi bling. Naja, jetzt mach ich mal auf, Dings. Ich hab abgebrochen, weil ich... Schlimm gefälligster. Ey, jetzt hab ich angenommen. Alles gut. Ich bin ruhig. Ganz ehrlich, was bist du denn heute so aktiv? Aktiv? Na, na. Steht da einfach wieder. Ja, und du voller Blut. Naja. Naja. Ich hab immer noch Eingehunde vorhin. Du hast immer noch Eingehunde vorhin. Du hast immer noch Eingehunde vorhin. Du hast immer noch Eingehunde vorhin. Alter. Egal. Wer das dir draufgeknallt? Der hat was bewirkt. Hm. Das war persönlich. Das war persönlich. Das war wirklich persönlich. Gehe ich. Was? Das war doch nicht persönlich. Äh... Jetzt werden schon einen die Wörter im Mund verdreht. Hä? Nicht von dir persönlich. Nein. Von dem der sie verletzt hat. Okay, okay. Ja, sage ich dir alles. Kommst du? So, ich weiß, hab ich jetzt wirklich alles gesehen. Die da oben können wir noch am Strand lang. Okay, das geht. Äh... Zur... ...verantwortung meiner Frage. Wenn er einfach keinen Schild benutzt und benutzt er das Zweihändig. Teleportation... Achso, ich sei jetzt nicht mal weg. Ich bin lieber hier weg. Ich bin lieber hier weg. Ich bin lieber hier weg. es kämpft das lautet ich habe eine laute du hast du schon ein instrument so ist es will alle singen vielleicht sollte ich nicht sagen dass man auch die schlafsäcke mitnehmen kann ich habe die schon immer mitgenommen die ausgerollten ja die muss man extra anwählen um aufheben die eingerollten kann man einfach draufklicken oder nicht wie die mit sag mal kannst du mal wieder an dich anschließen und miley sollte astorin an sich anschließen hier geht es nicht gut ja da ist auch ein geraden und so nix auf so habe ich das egal ich frage gar nicht sag mal kommt bei ihr alle alle um mich herum ja jetzt hast du diese dinge weggemacht diese fleischfreude ab nach norden der sonne hinter ich glaube jetzt haben wir tatsächlich erst mal so weit alles durch alles bei stück schon richtig Oh, das ist Honig. Und hier ist ein Loch für eine Katze. Oh, ne, das ist keine Hölle, da kann man was rausnehmen. Das ist nach unten lang, ne? Da waren wir noch nicht. Okay. Lustigerweise passt der Umhang bei Schattenherzogern sehr gut, würde ich sagen. Ja, ne? Vom Style her, auf jeden Fall. Okay. Jetzt haben wir die Ecke hier auch entdeckt. Nice. Oh, hier ist ein wehren Strauch. Irgendwas dazu nicht entdeckt. Ja. Oh, okay. Was ist mir denn das? Ich glaube sonst. Ja, von der Brücke kommen wir her. Ja, ja. Da unten kann man noch irgendwo lang? Ach, dieses Hochlaufen ist immer so für Anfänger hier. So, springen. Aber wir können sonst auch zum... Du kannst noch nach Norden laufen. Nach Norden? Hm? Also durch den Wald, du meinst du? Mhm. Dann hast du ein bisschen mehr zum Baukunden. Schwimmen. Dann sind wir da oben. Das ist ein bisschen mehr. Ich bin da, aber nicht mehr. Das ist ein bisschen mehr. Ich bin da oben. Was ist los? Das ist mein Mohn, das man haben kann als Begleittier. Tja, gut, dass ich gesagt habe, dass man nach Norden sollte, ne? Wieso Smiley denn jetzt? Ich wollte doch mit ihm... Achso, ich habe nur gelauscht. Okay, never mind. Ihre Traurigkeit ist hier raus. Okay. Sie bekommt ihn ja danach. Nee, du kannst den danach nicht nehmen. Also, der ist dann im Lager und so weiter. Du kannst ihn aber nicht als Companion mitnehmen. Hä? Natürlich. Nein, ich musste ihn immer beschwören. Weil er sich dann mit dir verbindet. Deswegen konntet ihr den auch nicht rufen. Ist das sicher? Ja, ja. Achso, ja gut, dann abschlachten, ne? Nein, Mund, Mund, lauf weg, er will dich hauen. Keep moving, stranger. Quietly. Oha. Okay, Glücksspitz voran. Unser Mund. Ja. Alter, ich habe das Beste und das Schlechteste gewürfelt. Yep. Das muss man jetzt mal schaffen. Aber nicht in Ihre Worte. Aber nicht in Ihre Worte. Still, Sie müssen gehen. Mein Freund ist verletzt. Er braucht eine Reste. Natürlich wird er. Und dann wird er zurück. Wir waren in der Tat. Wir waren kackling. Furry-Things auf zwei Legen. Und der Sprache. Es war strange. Rotten. Evil. Du kennst die Kreaturen, die er beschreibt. Gnolls. Oh, ein kleines Mönch. was sind die geläht so ich glaube wir kommen nicht mehr rüber das nachtlied haben wir schon die mission ja wieso ist es auch hier auf der karte eingezeichnet ich weiß wo du wirst ich könnte uns auch einfach porten ich weiß was hier ist diesmal wollte es ja irgendwie anders versuchen wenn wir ehrlich war der stopp als stopp überhaupt die voraussetzung dafür kommen wir gehen einfach mal hinterher passen so scheiße ist das riesiges nest das truhe die leuchtet also ich finde für die höhle einmal kurz absprechen hier sind ein paar sachen die man vielleicht anders testen wollen würde wahrscheinlich kann sich schatten herz aufmachen soll ich immerhin das ist die lune ist die lune ist die erzfeindin von schar warte mal dann kann ich hier runter hallo habe ich meine zu euch worden die geschichte von schatten herz kennt jetzt müssen wir es ausprobieren ich mal beidung hier was hier los die gerichter jetzt voll eine gelangt wahrscheinlich doppelten schaden also du darfst nicht du dass die du erst recht stopp stopp moment ich lese hier was kurz ok ich glaube ich weiß ich dich aufkriege ok wenn es das ist dann würde ich lachen ich weiß dass er machen will naja was ist das ne scheitert doch geht nicht naja mei dann nehme ich sein ich kann sie nicht mal mitnehmen so ne scheiß aber auch und wie kriegt man die so ist es zur lune oder mach mal dein mond lichter drauf mond licht vor nicht du hast doch gesagt mond licht ja aber sobald du dir selber mit deinem mond licht schaden macht brichst du es ab ja no shit aber das war weil ich hier alles im weg ist ach guck mal was ist hier kann doch nicht sein wieso ist das die silbernen strahlende saloon und die dunkle verlockende schar ergänzten einander und brachten eine klar trennung von hell und dunkel ins universum das ist das buch was ich da hinten aufgehoben habe das ist doch ein hundertprozentig ein hint ja also licht ist drauf jetzt kannst du mal den magie schatten drauf machen aber wir kriegen weniger damage als davor vorsicht das licht oh mein gott ich bin fast tot vorsicht das licht geh nicht ins licht jetzt wo ist das hin was geworfen was ist das ein gebet das selune gewidmet ist und alle darum bittet die segen des mond mail anzunehmen und dann ihre großzügigkeit wunderbar so muss ich jetzt werfen in dieser kiste war drin ein amuland montropfen anhänger zu kann der tanz wenn der träger maximal 50 prozent seiner trefferpunkte hat provoziert keine gelegenheit angriff das ist besser als dieses scheiß talisman können wir noch mal eine recht machen alle sind todig idol von selune so ich gebe dir mal sonyx da kann sie dann hier ist du kannst dann der dings geschenkt weihnachten geben also hat es doch geklappt mit dem werfen nee es hat geklappt weil dana den zettel gelesen hat er hat selunus ritus gelesen der da lag jetzt schon wieder sind sie alle merklich hier gibt es neues zeug zu holen ich bin ich habe nur hose ja ich auch das ist der hund schon hier nein ne ich bin ich so aus denn da das ist es Kunz Streife